Liebe Qigong-Begeisterte, heute einige einfache Lockerungs-Schwung- und Gelenkübungen für deinen Alltag, eventuell auch für daheim. Wir beginnen im schulterbreiten Stand, ein wenig mit Einfischschwungen zu lockern. Um die eigene Achse zu schwingen. Vorwärts soll ich schwingen. Mabur, Hüftes Verlagerung. Fersen lösen, Hüfte eindrehen. Stand im Mabu, Erdzirgel. Die Nusszirgel. Und die Schwingpflanze oder Hubschrauber. Die Rückseite öffnen. Ausfallschritt. 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 Eine kleine Übungskombination. Schulden lockern. Ausstütteln, Beine ausstütteln. Ausstütteln, lockern. Zwei Ganzkörper etwas durchstehenden. Faschen öffnen, lockern. Faschen öffnen, lockern. Mit dem einen ungewirktenzellenden Zahnarland ... und in die Einbezine die 1h´ mit nehmen. Und das gelanz president zum Gelersachsen ... Anwesken sparks Mont chain. Am Schluss mal den Arzt regulieren. Chisamine. Chisamine. Danke fürs Mitmachen, viel Spaß.